Herr Ministerpräsident, ich bin bei Namen von der Zeit zur Lupe. Am Anfang möchte ich mich erst mal bedanken für die gute Zusammenarbeit mit der Landesregierung, dass sie uns auch geholfen hat, dass wir jetzt filmen dürfen in der Bürgernähe. Ein großartiges Dankeschön, wirklich ganz gemein. Sie haben uns auch geholfen mit der B91, der Bürgerinitiative. Ja wirklich, hat mich richtig gefreut. Das war ganz rein, ich war ernst. Ich kritisierte, aber ich lobe auch. Sie haben auch geblühten für uns, aber auch das können wir nachvollziehen. Ja genau, also ich danke Ihnen darüber ganz, ganz von Herzen. Aber die Hauptfrage, die ich jetzt habe, wir sind ja in Zeit, das heißt ja Zeit zur Lupe, mal ein bisschen weg vom Burgen-Landkreis. Unsere Stadt hat ja gewisse Probleme, man sieht es ja auch immer durchführt, sprich ein Schwund von Bevölkerung. Unser Nahbereich ist nun einmal Leipzig. Und wir sind nun mal im Wettbewerb, müssen uns alle im Klaren sein mit anderen Städten. Leipzig hat eine S-Bahn gebaut bis Zwickau. Und S-Bahn bedeutet auch Haltestellen innerhalb von Leipzig, wird auch sehr angenommen. Meine Frage konkret ist eigentlich, hat sich die Landesregierung schon einmal einfach Gedanken gemacht in Richtung S-Bahn-Anschluss zu den kommenden Metropolen? Frage 2, Entschuldigung, Entschuldigen Sie. Frage 2, aus dem unmittelbaren und persönlichen Bereich fällt einmal was auf. In Halle, mein Sohn studiert in Halle, da weiß ich es ja mittlerweile. Frage 2, wenn man von Attraktivität der Zugverbindung spricht, ist die Zugverbindung zwischen Halle und Seitz sehr langwierig, um so auszudrücken. Die Frage ist hier schon einmal darüber nachgedacht worden, die Zugverbindung zu unserer Metropole innerhalb von Sachsen-Anhalt, den Weg einfach zu verbessern, das reicht. Okay, letztere ist qualitativ und ich meine sicherlich, ja, das ist ja das Bemühen. Es ist ja durchaus auch eine richtige Trasse und gerade das größte Oberzentrum, was wir haben in Sachsen-Anhalt, müssen natürlich sternförmig auch alle Mittelzentren im Netz halten. Und das heißt, es hat durchaus eine bedeutsame Straße statt. Als ich heute früh den Bahnhof getrat, habe ich als allererstes den Pfarrgartenstatter besucht. Erstmal war da drei nette Hunde drin, das waren Geschwister, vier, drei und ein Jahr alt. Sagen wir aber auch den Vergleich aus, das war nicht die Lachsen wahrscheinlich so schnell. Und ich habe bei der Dame abgefragt, erstens, wie viele Kilometer nach Leipzig? 45. Was kostet die Fahrkarte? 7 Euro. Und wie ist die Fahrzeit? 40 Minuten. So, und wie ist die Frequenz? Stündlich. Machen wir mal die Nacht jetzt außen vor lassen. So, das ist also eine Qualität, die schon in gewisser Weise S-Bahn-Charakter trägt. Kommen Sie nach Leipzig umgedreht oder Berlin oder wie auch immer. Das ist schon eine gute Anwendung. Deswegen ist ja auch der Bahnhof städtebaulich und von der Optik und von der Willkommensqualität her entscheidend. Einschließlich auch der Weg durch die Stadt. Wir haben uns das ja angeguckt. Das ist dummerweise damals verkauft worden, die so ein Häuschen, was da voll gespräht war. Wir haben uns auch Gedanken gemacht, wie wir das, da ist der Räumeister ja dran, das auch freundlicher gestalten. Und dass wir da ein entscheidendes Trett wurden, um das hinzubekommen. Ich habe ausdrücklich heute auch eine Kabinett-Sitzung im Mund gemacht, sich sehr deutlich in dieses Konzept Metropolregion und Mitteldeutschland. Somit einzubringen, dass man das entsprechend auch in einen Kontext zieht. Und es ist so, dass Salz sehr nah an Leipzig liegt. Das ist auch kein Problem. Dafür gibt es nur mal Grenznähen. Ja, muss ja da sein. Und zweitens, dass wir gerade auch im Zusammenhang mit Halle und Leipzig eine Kooperationsvereinbarung in meinen Weisagen der Universitäten abgeschlossen haben, wo es darum geht, zu vernetzen. Das heißt also auch, sagen wir mal, das nicht mehr doppelt zu machen, sondern in einer Hand, bis hin auch zum wechselweisen Studentenaustausch und so weiter und so fort. Und im Radius von Leipzig, wenn man sich auch die Preisentwicklung und Wohnraumangebot auch anguckt, ist Zeitz inzwischen durchaus eine attraktive Möglichkeit. Es ist ja ein Großteil in den ostdeutschen Universitäten und Hochschulen aus den alten Ländern gekommen, die eh umziehen müssen, also die vom Heimatort zum Umfeld dahin pendeln. Dass man das hier auch als Vorort von Leipzig und alle sowieso, das ist Landesentwicklung, die wir sich schon gegeben haben, aber auch von Leipzig mit in dem Kontext, auch der Verbindung, in Halle, Leipzig, gemeinsamer Flughafen, Halle, Leipzig eben auch entwickeln. Nur in diesen drei Halle-Leipzig-Zeit sozusagen, haben wir hier eine Perspektive, die auch wieder Trends umkehrt und auch Bevölkerungsentwicklung ins Positive bringt. Das ist erstmal schön hingesprochen, ist aber meine Erfahrung. Wir haben ja inzwischen noch 25 Jahre Erfahrung. Wie gesagt, ich bin ja nun von Anfang an dabei gewesen, war das Schleiber in der Landrat, dann war ich in der Bundesbehörde, dann war ich Staatssekretärministerin, ich kannte ja dann alles, räumen wir auch durch, auch was die mitteldeutsche Schiene anbelangt, die Zusammenarbeitsgeschichte. Und da, wo sich etwas bewegt hat, und da ist überall mehr Bewegung drin, als man denkt, bis hin auch zum Pendler-Seile und so weiter und so fort, und auch zum Wanderungs-Seile, da ist eine Erkenntnis gegeben, dass man sich reinbringen muss ins Netz und das auch die Optik entscheidet. Und deswegen gucke ich immer auch vor der Kabinenzitzitzung, das hat man ja miteinander verabredet, gucken wir da hin, die kommen auf die Deiche und die Planungsverfahren dazu zum Tierpark, wo die hier laufen, Oskarten 13 und Flut, sondern auch, dass wir schauen, wie kriegen wir diese Attraktivität auch vermittelt, die ja sukzessive gewachsen ist und wo wir später Baulächer auch noch einiges an Schwerpunkten setzen wollen. Und der Bahnhof ist für mich eine Schlüsselposition. Mit all dem, was ich gesagt habe. Also diese, Sie sehen, dass ich da bewusst reinigern bin, dann habe ich auch die Köppen besorgt und auch ein Paragino getrunken und auch das Gebäude erklären lassen, das ist was. Das muss man auch sehen, auch in Richtung 17, einschließlich auch der Vorbewerbung, Erwischab damals, ich habe nicht ansonsten die Lager hier gehabt und so weiter. Das sind alles Dinge, die müssen jetzt auch gespielt werden. Auch die Marktplätze bringen, alles diese Dinge, die hier in die Diskussion führen, sind alles kleine Bauschreiche in die richtige Richtung. Und dass er auch politisch entscheiden kann, weil er inzwischen einen ausgegebenen Haushalt hat und nicht zwangsverwaltet von irgendjemandem in der Kommunalaufsicht sozusagen jeden Tag da auf Knienkütteln muss, dass ihm was freigegeben wird. Das ist ein Verdienst, das kann man auch hier noch einrechnen, weil das auch, Sie ja heute auch die Statements, das ist ja bei gewissen Jahren des Finanzministers, honoriert bekommt. Ja, dass man sich synchron hält zum Land und auch diese Stärken da auch gestärkt bekommt, dass man dann wieder auch, sagt, auch Politik und entscheidungsfähig. Vielen Dank. Bei der Bahn allerdings, Henrik, ich meine, wenn es eine Nachfrage gäbe für die Verbindung zweites Halle, hätten das die jetzt zulässigen Fernbusverbindungen längst aufgegriffen? Ist ja, ist vorhanden. Fünf Euro, aber ist vorhanden. Das ist durch den neuen Fernbus, bis jetzt vorhanden, fünf Euro. Mein Sohn, Studienleipzig, der LH, der Kenierlinie. Als Bahnlinie, das denke ich, ist der Bedarf so nicht ausgeprägt. Wir haben eine starke Zielorientierung der zweiten Stadt Leipzig. Die zweite Kategorie ist Gera. Und Halle kommt für bestimmte Berufsgruppen. Also ich fahre immer alle zu den Behörden. Ich habe es vor allem gesagt, als das war. Aber ansonsten ist Halle, muss ich in den Brust sein, da drin. Jetzt muss ich mal für Halle in den Stab brechen. Mein Sohn ist in Halle. Man hat immer so einen schlechten Ruf, vielleicht in Leipzig auch. Halle ist in der Innenstadt eine wunderschöne Stadt geworden. Halle ist wesentlich attraktiver als Leipzig. Richtig, eine wunderschöne Stadt. Die landschaftliche Lage, die landschaftliche Lage mit der Saale, mit Halligungen rum und dran, also geht jetzt das Fluido und so weiter und so fort. Da kommt Leipzig als Kunstprodukt überhaupt nicht an. Das darf ich Ihnen als Wettbewerber, der völlig neutral ist, der Leipzig gerne hat. Ja, wo sind Sie jetzt 20 Jahre? Das war's. Ich bin jetzt 20 Jahre. Das war's. Das war's. Ich spreche auch nicht von bestimmten Hauptfragen. Ich spreche einfach davon, wie eine Stadt landschaftliche Regel ist. Ich weiß nicht, wie die Flusslandschaft, wie man es selber schätzt. Ja, das ist. Damit ist es ein Präsent. Bewegung. Das war's. Vielen Dank.